Das Spiel ist noch nicht mehr in-game, der regt sich schon auf. Ja, ey. Da steht natürlich, dass der Krieger schon da rumläuft, ey. Krieger stirbt einfach vorher, der schafft das gar nicht. Jo, wo ist denn der scheiß Fick? Rechts neben dieser Tankstelle, Mann. Das wär so geil, wenn der stirbt. Ja, ich sterbe auch. Mann, Krieger, Alter, Junge. Wo landest du denn auch, Alter? Boah, du frisst meinen Dude nicht. Krieger, Krieger springt ins Meer. Der ist hinterher gesprungen. Ich bin ins Wasser gesprungen und der ist einfach hinterher. Da wollte er meinen Dude haben. Hat er jetzt auch. Er ist genauso greedy wie du, ey. Oh, wie geil. Ja, das war mal unsere Bomberkrieg. Mach einfach geile Sprüche drauf. Das muss man hier lassen, Alter. Mach einfach geile Sprüche drauf, Digga. Oh! Jo, Carsten! Guck mir hier mal zu, Digga! Carsten, Mann, Alter! Was ist denn? Digga, warum kann ich nicht so spielen, wenn ich mit dir spiele, Digga? Oh, Mann! Digga, das ist doch nicht wahr. Ja, ich beende gerade so zwei heftige Leben, Digga. Dann lauf ich in ne Falle rein. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Bruder, da ist einmal Klippen. Ich mach jetzt erstmal die hier. Ja! 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 Das war ganz easy. Hey du bist schon bei dem letzten, warte lass mich den Kradupel. habib putin er kommt kommt auf den berg geradezu vor dir er rätzt sein mate ja du kannst ihn easy töten komm einfach schnell naja wie lange bau weiter hoch weiter hoch bis ich den direkt osten direkt osten und noch zwei weiter hoch jetzt 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 ok von mir aus von mir aus einer leute macht doch mal euer headset an habe ich mich erschrocken ich hab nichts warum ist das so ein ding sind die da random oder hat die deine angebracht aber du hörst das normalerweise glaube ich hab dir das hingelegt ich hab wieder in die falle warte war das noch nicht mehr macht gar nichts mit lassen doch bitte ja nehme ich mal Nein okay dann warte dann Jungs schnell zu Montez einem Streamchut schalten Jungs Da war ich nicht down für mich so gefreut dass wir ein Dinner holen in der ersten Runde direkt Clown für erster Tag aus der zone kommen wieder welche ich krieg kein hit ich krieg kein hit ich niemals behauptet ich sag nur was meine meinung was ich bin ganz gut in im game da kannst du fax drauf geben oder du kannst es lassen wo ach da hinten oder wo getroffen getroffen wurde ganz hinten ganz knapp ich hatte geht da rein naja die zone monte hast du ein tempo vielleicht irgendwie aufgehoben so weit haben wir noch nie getroffen der gar keine materialen und gar nichts der ist ultra weg die ganze zeit habe ich keine ausreichenden materialen ich lasse hier wenigstens kleine dreckst du hast du die paletten schon oh mein Gott nein Montel Oh mein Gott, nein Monte, das war, das war, verkarriert, muss ich das ja nun mal richtig machen, 10 Holz haben wir noch, das ist sehr gut, okay, das ist unglücklich